700 Punkte Feindliche Elderflotte vernichten mit 700 Punkten Da würde ich sogar mal das neue Schlachtschiff mitnehmen High Skyline im Chat Und ja ich lebe wieder Nehmen den hier mit Und dann nehmen wir auch die Dauntless mit Weil die kann auch ein weiteres imperiales Begleitschiff rekrutieren Beziehungsweise aus dem Nichts holen Und dann schauen wir mal was unser großes Ding kann Obwohl seine Stärke natürlich die Jäger sein wird Und dass es natürlich groß ist Sehr groß Im Verhältnis So anscheinend setzen die auf mehrere kleinere Imperials Bombergeschmader Imperials Jagdgeschwader Imperials Angriffsboote starten aus den Start- und Landebuchen ihres Mutterschiffs Angriffsboote fliegen zum Zielschiff Und provozieren eine Angriffsaktion Falls sie ihr Ziel erreichen sollten Angriffsboote können durch Jagdgeschwader und Verteidigungstürme bekämpft werden Bomber können durch Jagdgeschwader und Verteidigungstürme bekämpft werden Der soll lieber mit dem Mit der anderen Geschichte angreifen wenn möglich Moment wo ist denn die Dauntless? Hier ist die Dauntless Ah ich kann erst in 100 Sekunden die Unterstützung rufen Und deine Kommand Sit in Kurs Resuming normal Functions Reloading Terminators Deep Striking So mach deine Schilder mal undurchdringlich Dann setzen wir da oben und guck mal die Gestrapterbombe Vorsicht du musst hier raus aus dem Bereich Ah der hat nicht so viel auf kleine Escort Schiffe setzen sollen Die fress ich den ja gerade alle weg Okay das war nix So jetzt zwinge ich den dass er mich angreift und bleibt er hoffentlich da in der Position Bitte die Antriebe angreifen als erstes Wenn möglich Notkonsertoren starten Emperelle Angriffsboote starten Oh jetzt hatte der Erfolg mit seinem Blitzschlag bei mir schon Hat mir schon ne schwere Makrobatterie ausgeschaltet Ich könnte schon kotzen wieder Dreh dich ganz cool 3, 2, 1 Feuer Dann haben wir ne Chance Irgendwie schildtechnisch einzugreifen So da ist das kleine Unterstützungsschiff von denen auch glatt Ram den, ram den, ram den Dreh dich, dreh dich, dreh dich Ram den erneut Die Eldership sind einfach so fragil Du musst schnell das Unterstützungsding rufen Dann sollst du versuchen abzuhauen Scheiße Oh da unten war noch ein kleiner Terminator Aber lange halten nicht mehr aus So rüber um den Angriffsbooten Einfach cool drauf sein So Schneller fort Dann läuft der schon mal ins Nirgendwo Und wir können mit der zweiten Batterie von der anderen Seite feuern War natürlich alles geplant Blitzschlag erfolgreich Der hat noch 8 HP Also ein Schuss und weg ist er Brauch wir den mit unserem Schiff rammen könnten Ich glaub das wär zu gefährlich gerade Komm noch einmal Passte Da blieb nicht mehr viel übrig Drehen, 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 drehen Feuer frei Boah ich sag nicht Der ist so schnell, dass er den noch ausweichen kann Moment, jetzt brauchen wir voller Einsatz Der Crew Go, 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 go Ihr seid zwar schnell elder, aber so schnell nicht Ich fass es nicht Ihr verdammten Mr. Viecher Das ist der letzte von denen Das war's Stellaris wird noch gespielt Weil's gerade schon wieder gefragt wurde So, kein Einsatz mehr übrig Das war's Admiral Spire Wir haben Wir haben Wir haben von den Luchitar System Deskriving An Energie Puls An Unprecedent Strength This Could Be The Signature Of Blackstone Fortress Possibly The One Captured By Chaos In Rebo System Lord Admiral Has The Signal Been Confirmed Indeed We Can't Let A Report Like This Draw Us Into a Trap I Dispatched Commodore Vandes And The 202nd Red Squadron To Investigate Admiral Spire Prepare Your Fleet And Set Course For The Lukitar System I Want You To Make Contact With The Guardian Space Station There As Quickly As Possible Commodore Vandes Reports That A Large Chaos Fleet Is In The System There Are Many More Ships Than We Were Expecting The Enemy Fleet Is Composed Of Several Capital Ships And Multiple Escorts The Initial Reports Were Correct The Chaos Armada Includes A Blackstone Fortress Admiral Spire Deploy Your Fleet Your Mission Is To Disable The Blackstone Fortress And Defend The Adeptus Mechanicus Space Docks Act Quickly Admiral The Lukitar System Orbital Station Won't Be Able To Hold Out For Long Against The Firepower Blackstone Fortress Oh Man Battle Will Not Be Easy Da Muss ich Mal kurz No In Hafen Rein Abklingzeit Der Geschwader Verringert Sich Extra Türme Ich würde eher die Abklingzeit der Geschwader runterziehen Das kostet mich direkt alles was ich noch habe So Geschwader verbessern Die Reparatur machen wir nicht Die Reparatur auch nicht Hier haben wir aber auch noch einen Crewpunkt übrig Verbessern wir den Techpriester Abklingzeit reduzieren Obwohl wir werden die Wir werden das Schiff mitnehmen Egal wie teuer es ist die Spire mitzuziehen Mir geht's besser Night Dragon Hallo zusammen Last Keeper So dann gucken wir mal wie eine schwarze Festung im Kampf aussieht 148 Punkte Wir holen das Dickst einfach rein was wir haben So noch keine Minen eingesetzt Das machen wir jetzt aber Da ist schade dass man die auf dem Radar nicht sehen kann So Toll Und dann spawnt die Unterstützungsflotte da drin Und was hat er jetzt Kreideficker oder was Top Da ist die schwarze Festung Ach der hat sich verkeilt mit einem anderen Seht ihr das? Deshalb fliegen die hier die ganze Zeit im Kreis Weil da drunter ist noch ein anderes Schiff Ich schaff jeden Bug in jedes Spiel Kann es nicht einfach mal normal durchlaufen Vor allem wenn er so weiter kreidet Kommt er genau auf uns zu Nee ich hab Ich hab nicht gespeichert davor Egal Schaffen wir auch so Ey und der dreht sich noch immer schneller Ach du Scheiße So zwing ihn zum Angriff Die trennen sich wenn der eine stirbt Ähm Triebwerke angreifen Macht die Bomberstart klar Top der kämpft sogar noch Äh die haben sich getrennt Bruder der eine ist gestorben einfach Aber auf jeden Fall ist es äh Vorbeigegangen mit ihm So die hat einen Die Waffe verfehlt nie ihr Ziel Holofeld durchdringend Schank kritischer Chance Reichweite 12.000 Ich muss weg von der Festung Die lädt gerade ihre Waffe auf Weg 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 So du fühlst dich also stark Ich glaub nicht dass du meinen Torpedos gut ausweichen kannst Und meinen Bomben Und meinen imperialen Bombergeschwadern Und ja Schieß doch auf mich einfach Ich halte mit meinen Schilden dagegen Hoffe ich jedenfalls Haltet euch fest Das kostet mich die Hälfte der Schilde Die stelle ich mal auf Automatikbattle mit denen Nicht deine Waffen So jetzt hier mal die Zeit Für meine Spezialfähigkeiten So der zweite Schuss Wird mich jetzt die Schilde kosten Angriff Ja ja Aber wir verlieren gerade unsere Frontwaffe So du kannst auch erstmal stehen bleiben Du richte mal die Torpedos neu aus Das hat Feuer an Bord Nee nee die hauen nicht ab Die hat noch 60 HP Wir brauchen nur einen einzigen Schuss zur Seite Oder hier Destruktorbombe oder was auch immer Ballert alles raus Ach nö Gibt's doch nicht ey So greift mich an Das hier oben wird ja kein Problem mehr sein Da meutert der Captain Schnell 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 Ach weg ist er So du machst das schon Red ich Weiter 2, 2, 1 Jetzt Ah doch ein bisschen zu früh Ja die Flotte Also beziehungsweise Die schwarze Festung scheint ein bisschen mobiler zu sein Als gedacht Du bist mir im Weg Weil ich ja echt gut finde das Wenn du die Die Steuerborddüsen aktivierst und so weiter Das halt wirklich voll eine Düse angeht Um mich halt Ähm ne Wegzuziehen Beziehungsweise Wie heißt das Darum zu kommen dann Oh sehr gut Wir können das Bombergeschwader mal eben da hochschicken Gib mal eine Breitseite Das war's Damage Chains Begin Repair Admiral Spire The auger arrays Are clear There are no remaining enemy signatures in the system Another Blackstone Fortress under our control is just seven light years away from here Admiral Let me take my squadron there to warn them about the chaos attack Good thinking Commodore I approve of your plan May the emperor protect you The emperor protect you Da braucht der emperor gar keine Zeit Admiral Spire Your successful defense of the Lucata orbital station Is a credit to the valor of both you and your fleet But I fear this battle was only a diversion to distract us from Abaddon's true objective Astropathic messages from Blackstone Fortress 6 indicate that Commodore Vandes was able to warn them in time But there were not enough ships present to repel the enemy assault Chaos forces under Abaddon's command disabled the power systems of the Blackstone Fortress Boarded it and took control Commodore Vandes and his ships were completely destroyed The Commodore deserves the highest honor for his service and loyalty to the Imperium I agree But his bravery did not prevail Abaddon now possesses two of our Blackstone Fortresses Tja, ist der andere gestorben Aber wir wollen ja gar nicht mal so unfreundlich Beziehungsweise unnett Ach, jetzt werde ich glaube ich gezwungen Stellaris zu spielen Weil jetzt langsam die Leute eintrönen, die an Stellaris auch sehen wollen Heute Ähm So, du warst mein Torpedo Schiff hier noch 187 Ruhm, du musst auch noch repariert werden Beziehungsweise, naja, lass mal dich die Runde einfach so reparieren Ja War ein bisschen schnell jetzt hier drin Fürs Aufnehmen, äh, muss ich nochmal die Tage machen Der Einstzero Ich habe ein bisschen Ich bin Stacy Ich bin Er